You promised me to tell if there's anything haunting you Haunting you, haunting you, haunting you You leave without saying where you're going away to Hallo und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Ich hoffe euch geht's gut und wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Fabio Und ich habe heute ein neues Video Und in meinem heutigen Video geht es um diesen Neon Skull Makeup Look Und wenn du wissen willst, wie man diesen Look schminkt, für Halloween, dann seid dran So, ich habe meine Grundierung bereits schon gemacht Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das alles gezaubert habe Dann könnt ihr gerne in meiner Alltags Makeup-Fotina vorbeischauen Und ja, ich würde sagen, als erstes machen wir so Haarembar nach hinten Beziehungsweise aus dem Gesicht raus Und wir sind ja hier in unserem YouTube-Studio Deswegen geht das alles per Zauberei Also würde ich sagen So, wenn die hier raus im Gesicht sind Das muss, wie gesagt, alles nicht perfekt sein Um Gottes Willen Dann beginnen wir auch schon, würde ich sagen, mit den Augen Und arbeiten uns sozusagen von oben nach unten Als allererstes gehe ich in diesem Faktor mit einem fluffigen Blendefinsel Nehme etwas und verblende das ganz leicht in meine Kugels Und in diesem Look ist es wirklich sehr, sehr wichtig Gut zu verblenden Dieser komplette Look besteht sozusagen nur aus Blenden Deswegen verblendet das alles sehr schön nach oben hin Und nimmt auch zwischendurch immer einen neuen Pinsel Und verblendet das alles schön aus Wirklich Ihr müsst viel, 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 viel blenden Wenn ihr mit diesem Ergebnis einigermaßen zufrieden seid Beziehungsweise zufrieden seid Dann gehe ich in den dunkleren Ton meiner Lidschattenpalette Dann gebe ich das echt schon außen etwas drauf Und ein bisschen wieder in die Lidschatten Und wie gesagt, das alles immer gut ausblenden Und wenn ihr das gemacht habt, gehe ich in diesen ganz dunklen, berigen Ton rein Und gebe das hier außen hin, um einfach diesen Neon-Effekt zu erzielen Und dann wieder alles sehr, sehr gut ausblenden Und wenn ihr das alles so weit habt, das sieht ziemlich hart alles aus Deswegen gehe ich jetzt rein in diesen Ton mit so einem kleinen Pinsel Und trage das unter meiner Augenbraue auf Als Brauhighlight Und das verblende ich auch wieder Wenn ihr das alles so weit gemacht habt, dann gehe ich in diesen weißen Ton hier rein Das ist ein Clown-Weiß Dann gebe ich das alles ein bisschen aus so einem Angry Brush Und ziehe mir damit sozusagen eine Hull-Crease Oh, okay, das ist sehr geprigmentiert Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Vor allem, das hat auch nur 2,55 Euro gekostet Deswegen dachte ich mir schon so, okay, nehme mal den Bon wieder mit, falls das scheiße ist Aber wow, das scheint echt gut zu sein Wenn das weiß so aufgetragen ist, dann gehe ich wieder mit einem kleinere Lidschattenpinsel Wieder in diesem Farbton Und gebe das komplett auf dem weiß auf Um das auch sozusagen zu setten Dann nutze ich die gleiche Farbe auch einfach wieder Und gebe das in meinen Augen in den Winkel Dann nehme ich mir wieder meinen Blendenpinsel und diesen mittleren Farbton Und versuche das alles hier gut miteinander zu verblenden Von den ganzen Farben zusammenblenden ist mir irgendwie dieser helle Ton verloren gegangen Deswegen gehe ich wieder in diesen hellen Ton rein Und versuche den nochmal hier überall etwas leicht aufzutragen Um auch einfach diese helle Farbe wieder zu verblenden So, und wenn ihr die Schritte soweit gefolgt habt, dann solltet ihr bei diesem Ergebnis ungefähr angekommen sein Und ich beginne dann auch wieder mit dem pinken Ton Und gebe das unten vom Auge Und das verblende ich dann wieder gut Und mehr mache ich dann auch da im Prinzip gar nicht Dann nehme ich mir diesen schwarzen Lidschatten von MAC Und trage den hier außen so gesagt wie ein Eyeliner auf Aber auch nur so ein ganz bisschen Und trage das dann hier in meine Lidfalte rein Dann nehme ich mir so einen Blendenpinsel Und ich habe das schon schwarz drauf, weil ich schon in die Lidschatten getrunken bin Und das verblende ich dann auch alles wieder so Die Lashes, ne, irgendwie wollten die heute mal so gar nicht Deswegen lassen wir die heute einfach mal aus Das ist nicht so schlimm Können Lashes machen, wüssten Sie nicht Ich benutze auf jeden Fall diese Mascara von Essence, die alle ja so hässlich finden Aber finde die eigentlich ganz gut, weil das Bürstchen ist schön Mir gefällt das und damit werde ich erstmal meine Wimpern tuschen So, ich weiß, das macht jetzt nicht gerade den Mega-Unterschied Aber es ist nicht schlimm, die Lashes, die wollten heute nicht Auf jeden Fall gehe ich halt für die unteren Wimpern wieder in diesen weißen Ton rein Mit so einem Enkelbrush wieder Und benutze das dann für meine unteren Wimpern So, ich beginne jetzt damit, indem ich mir wieder diesen Ton Auf einen Blendepinsel nehme Der ist jetzt für meine Anastasia-Palette Und ich fange jetzt damit an, die Linien schon vorzuziehen Allerdings müsst ihr jetzt einfach schauen, wie ich das mache Weil das ist schwierig zu erklären Wenn ihr diese Linien gezogen habt, dann könnt ihr die auch schon erstmal mit etwas ausblenden So, wenn ich hier diese zwei Striche gemacht habe Dann zieht ihr das einfach an eurer Kontur bis nach hinten zum Ohr Das Ganze könnt ihr dann auch wieder ausblenden So, und das ist so schwierig zu erklären Deswegen müsst ihr einfach jetzt mal wirklich gucken Das ist echt schwierig So, und jetzt kommt wieder ein schwieriger Part Und zwar nehmen wir uns wieder diesen schwarzen Neckglitschatten Und versuchen die ganzen Sachen hier auszufüllen Und das ist wirklich schwierig Weil da dürft ihr wirklich nicht so viel nehmen Und müsst alles gut verblenden So, wenn ihr das aufgetragen habt Denn bei mir ist das jetzt alles etwas wieder weggegangen Deswegen gehe ich wieder in diesen Farbton rein Und verblende das alles hier nochmal gut So, wenn ihr das alles soweit habt Dann werde ich jetzt wieder mit dem Pinkton hier reingehen Und mir hier meine Nase sozusagen neu formen Dann wieder den schwarzen Nehmen Und ja, es ist schwierig zu erklären Müsst ihr gucken So, dann nehme ich mir wieder den schwarzen Neckglitschatten Und weile es hier alles erstmal ein bisschen schwarz an Wenn ihr das gemacht habt Dann gehe ich mit so einer dünneren Pinser rein Aber so hier so eine Art Tropfen überall hin zu machen Und das verblende ich dann auch wieder alles ein bisschen So, und wenn das Ganze dann bei euch so sehr, sehr, sehr komisch aussieht Dann habt ihr alles richtig gemacht Denn jetzt kommen wir auch schon zum letzten Part Und zwar der weißen Farbe Und da benutze ich wieder diesen anderen Stück Pinsel Geht da schön großzügig rein Und jetzt ist wirklich Handarbeit angesagt Und zwar müsst ihr alle Linien lieber hier diese Linien ziehen Ich zeige euch das mal So, und wenn ihr die Zähne aufgemalt habt Dann seid ihr auch schon fast fertig mit dem Look Denn eine Sache fehlt noch Richtig MAC Fix Plus Und das spüre ich mir jetzt komplett ins Gesicht So, und schon seid ihr fertig mit diesem Neon Skull Makeup Halloween Look Ich hoffe, euch hat es gefallen Und wenn das so ist, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare Und ja, sonst gibt es nichts weiteres Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag Schönen Abend Schönen Morgen Warum auch immer halt du das kopf Deswegen würde ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal Tschüss, bis zum nächsten Mal Tschüss, bis zum nächsten Mal Tschüss, bis zum nächsten Mal